Und damit ein herzliches Willkommen zu einem kleinen One-Shot-Let's-Play. Und zwar wie wir es in Ninja Warrior Germany mit Hu-Ha-Hi. Augmented Reality Version. Ich werde die Augmented Reality aber weghauen. So, Neuspiel. Springe über alle fünf hin, schon Seite zu gelangen. Ja, Spiel starten. AR-Version oder Nicht-AR-Version? Nein, mein Schreibtisch ist nicht aufgeräumt. Nicht-AR-Version. Mal gucken, ob wir in einem Part auch hier durchkommen. Klicke auf Los, um in die nächste Plattform zu springen. Yay, ich hab's geschafft in sechs Sekunden. Ja. Oh, klicke auf Los, okay. Mal locker machen und dann los. Er macht das ganz locker mit Leichtigkeit und Eleganz. Yay, wieder geschafft. Sieben Sekunden. Oh, I'm so good. Okay, klicke auf Los und klicke auf das Rad. Aha, die... Mal locker machen und dann los. Gott, das... Yay, ich bin so gut. Gut. Ja. Okay, und los. Das ist der nächste Parcours. Mal sehen, wie er das macht. Das muss er jetzt halten. Und jetzt weiter. Toll, wie er das macht. Höh. Das sieht bei ihm so einfach aus. Ja, natürlich sieht das einfach bei mir aus 12,8 Sekunden. Hallo. Oh. Das ist aber neu. Los geht's. Der Spieler macht sich noch einmal locker und fokussiert den Parcours. Okay, das wäre geschafft. Aber es ist... Oh, klicke auf Los, klicke nach dem nächsten Rohrschlitt. Na, okay, das... Der nächste Parcours. Mal sehen, wie er das macht. Ja, das frage ich mich auch. Geschafft. Ah, nicht mal fünf Sekunden gebraucht. Oh, tippe los und tippe schnell den Button, um Speed aufzubauen. Ja, auch geschafft. Mann, wir sind ein richtiger Ninja. Klicke im Moment links, rechts, um loszuklettern. Okay. Habe ich das Spiel danach schon durch? Und zack. Ich glaube, wir haben das Spiel gleich durch. Wollt ihr mich veräppeln? Habe ich das Spiel jetzt durch? Nach dreieinhalb Minuten? Scheint wohl so, wenn ich jetzt auch nochmal... Ach so, nee. Joa. Ah, okay, so. Machen wir einfach alle nochmal. Haha. Jetzt machen wir richtig Parcours hier. Und los. Ja, das sagtest du bereits. So, weiter. Nein! Was, dann muss ich alles nochmal machen? Ach, du ahnst es ja nicht. Darf doch nicht wahr sein, ey. Genau, voll Konzentration. So. Nochmal. Noch ganz locker flockig. Und los. Ja. Was? Nee, da müsste ich alles nochmal machen. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir haben es ja schon mal alles geschafft. Also von daher... Das ist vorbei. Jetzt zählt die Gesamtzeit. Alle Hindernisse auf einmal und am Stück. Ja, ja, halten. Ja, Witz. Haben wir ja praktisch schon einmal geschafft. Von daher beenden wir damit dieses Video. Von einem Spiel, was ich gleich erstmal hier von meinem Tablet pfeffern werde. Bis dann wünsche ich noch einen traumhaften Tag. Und dann auch wieder geh, schaut.